3, 2, 1 Suchst du dein neues Traumauto? Dann komme ich zu Autohaus Fokano und zu jedem neuen Fahrzeug geben wir dir ein Stand-up-Kabel mit. Hallo zusammen, in Zusammenarbeit mit dem Autohaus Fokano hast du die Möglichkeit, dein Stromauto hier zu ergattern und dazu schenken sie dir ein Stand-up-Puddle. Wir machen heute eine Unpacked-Box, damit du siehst, was dich in diesem Stand-up-Puddle-Set alles erwartet und du kannst dir sicher sein, es bietet alles, was du brauchst um direkt auf den See zu gehen. Einmal hast du Pumpen dabei, damit der Sand zur Luft bekommt. Natürlich das Stand-up-Puddle-Board, das Paddel, damit du hier vorwärts kommst, kannst du die Pinne, die du unten rein klickst. Und für alle, die nicht pumpen können, es gibt auch eine Elektro-Lösung, die du dem Auto einstecken kannst, damit du den Stand-up-Puddle ganz gemütlich und den Schlauchpumpen kannst. Ein Stand-up-Puddle im Wert von 500 Franken. Also informiere dich jetzt hier, um mehr zu erfahren und von dieser Aktion zu profitieren.